Wir sind heute hier in St. Elisabeth Krankenhaus in Dorsten. Wir gehören zum Klinikverbot der KKN-GWH und Parkinson Youngster, die selbstbewusste Gruppe, unter einer anderen D-Raschens-Falte hier. Und wir drehen heute den Imagefilm von Parkinson Youngster. Und zwar erst im OP, im ambulanten OP bei uns. Da haben wir auch die Operationsschwister gehabt, die Ulrike. Und die hat uns begleitet. Da haben wir jetzt gerade schon die erste Szene gedreht und geschaut, dass quasi vor der Diagnosestellung bemerkt wird, dass der Operateur Parkinson hat. Und jetzt gleich gehen wir zu unserem Chefarzt, zu Herrn Dr. Michels, der Medizin im Alter. Und der wird dem Arzt, der eben gerade operiert hat und bemerkt hat, dass er Parkinson hat vermutlich, die Diagnose stellen. Und wir sind ganz gespannt und freuen uns, dass wir als Klinikverbot Teil dieses Films sein dürfen und auch Parkinson Youngster, die Matisse unterstützen dürfen.